jungs und mädels liebe freunde der art photoshop gruppe hier auf facebook hallo und herzlich willkommen dieses video soll vorerst mal nur für euch dargestellt werden ich dachte mir ich mache mal nur was für euch genau so schaut es aus ich habe ein bild aus unserem stockpaket von dem composing grundlagen composing tutorial das bei mir im shop verfügbar ist geschnappt und zwar eins von kim und ich möchte euch zeigen wie ich aus diesem bild dieses hier mache mit den techniken die wir alle hier in dem grundlagen composing training auch gesehen haben es kommen bei kleinigkeiten dazu wie zum beispiel hier dieses 3d element oder auch hier unten dieser kleine asphalt das asphaltteil und dieser deckel hier aber das kriegen wir jetzt gleich mal hin ich zeige es jetzt mal es ist ein workflow der einfach nur zeigt wie der ebenen aufbau gestaltet ist und wie ich an das ganze herangehe und an und für sich sollte man mit den techniken die in dem training gezeigt wurden dieses bild ohne probleme auch nachmachen können ihr findet dieses oder auch vergleichbare bilder in dem stockpaket das ja umfassend viele bilder hier von kim hat und ich nehme jetzt eben das helsing bild von ihr und ich zeige mal wie das geht bild wird reingeladen wurde ein bisschen zugeschnitten damit es ein bisschen enger dargestellt ist weil über dem kopf war ein bisschen viel platz und ich habe mal die hintergrund ebene dupliziert damit ich eben zweimal kim habe kim wurde freigestellt freigestellt heißt für mich nichts anderes als ich habe die hintergrund ebene dupliziert bin hier dann auf der schnellausbau werkzeug habe gesagt motiv auswählen und habe so mal eine grobe freistellung bekommen und dann eben hier mit dem schnellausbau werkzeug die restlichen elemente noch dazu genommen teilweise wieder weg genommen und falls irgendwelche kleinigkeiten hier jetzt nicht funktioniert haben oder irgendwie nicht gut aufgenommen wurden kein problem das kann man nachher dann später in der maske wieder bereinigen das bild wurde sozusagen dann einmal freigestellt hier oben haben wir den freisteller weil unterhalb dieses freistellers kommen noch einige sachen rein es ist so eine kleine mischung zwischen vor grau freistellen und eben diesen composing freistellen heißt für mich vor grau freistellen ich konnte jetzt hier eine asphalt decke hier einbauen ich habe dieses asphalt stück fotografiert das ist bei mir vor dem haus und wundert euch bitte nicht dass der kanaldeckel hier ausgeschnitten ist das kommt dann später dieser asphalt der wurde hier mal reingefügt und vor allem im modus weiches licht eingefügt denn im modus normal hätte das so ausgesehen und das wäre von den lichtverhältnissen absolut nicht gut gewesen im modus weiches licht vermischt es sich einfach mit meinem hintergrund der bei kim hier ohne probleme nach hinten hin wirklich dunkel wird und somit habe ich auch die schatten von kim und das ganze lichtverhältnis und den verlauf hier mal schön mit dem asphalt hier zusammengebracht schreibt man oben wieder ein so sieht es aus dann kam der kanaldeckel der kanaldeckel selbst das ist ein 3d element das habe ich vom pixelsquid pixelsquid das habe ich auch schon einige mal erklärt na super jetzt haut es nicht hin bei mir weil ich nicht im internet bin das ist dieses 3d programm wo ihr verschiedene 3d elemente hier in das bild einfügen könnt muss jetzt nicht zwingend gemacht werden könnt natürlich auch selbst einen kanaldeckel hier fotografieren den habe ich mal ordentlich hier eingebaut dass er mal perspektivisch einigermaßen gut liegt und ich habe mittels doppelklicken in grau bereich mit einem leichten schlagschatten versehen ihr könnt euch die werte hier rausnehmen falls ihr das haben wollt der schlagschatten selbst vorher nachher der zeigt ihr einfach nur unten eine leichte kleine kante damit das ganze hier einfach jetzt um ja plastisch und optisch besser drinnen liegt okay dann wurde mit der command taste hier einmal der kanaldeckel ausgewählt dann bin ich heruntergegangen und habe den aus meinem asphaltstück hier raus geschnitten denn der kanaldeckel selbst den wollte ich auf dem modus ineinander kopieren haben denn auch auf normal würde der einigermaßen komisch aussehen auf weiches licht sah er nicht so schön aus da war der matschig aber auf ineinander kopieren hat er schöne kontraste bekommen schöne effekte bekommen war eigentlich eine gute sache den habe ich noch ein bisschen eingefärbt bisschen bläulich eingefärbt hier mittel hilfe einer farbbalance wurden einfach die mitteltöne ein bisschen so angepasst dass es farblich meines erachtens nach ganz cool aussah gut was kam noch dazu der tonwerkkorrektur die hier über meiner asphalt ebene liegt die war auf den ganzen asphalt hier angelegt der sollte ein bisschen düsterer dunkler werden denn der war überhaupt einfach viel zu hell und somit habe ich ein bisschen abgedunkelt und dadurch dass eben kim freigestellt über diesem ganzen asphalt liegt betrifft es diese tonwerkkorrektur eben nur diesen asphalt nicht mal eben hier meinen kanaldeckel weil er ausgeschnitten ist sondern eben nur der hat im boden fand ich toll schatten eine leere ebene im modus multiplizieren um mit einem dunkelgrauen stift wollte ich schon sagen pinsel dunkelblau dunkelgrau wurde hier ein bisschen reingemalen paar schatten reingemalen der schatten hier drüben der liegt deswegen da da ich noch ein 3d element eingebaut habe und zwar hier das ist so ein boller auch der den gab es bei pixel squid und dadurch dass eben der auch schatten braucht hat er den eben hier in meiner multiplizierten ebene bekommen zu dem polar selbst der polar selbst er schwebt hier noch ein bisschen luft und ich habe euch ja auch schon im training gesagt ihr braucht mindestens zwei schatten eben einen schlagschatten der wurde ja jetzt in der multiplizierten ebene schon eingemalen aber braucht auch einen grundschatten und dieser grundschatten ist einfach nur das hier man erkennt fast gar nicht aber auch das ist eine multiplizierte ebene im grau mit so einem dunkelgrauen dunkelblauen farbstich und man erkennt kaum aber hier unten haben wir jetzt eine kleine kante drinnen die macht das ganze so dass dieser boller eben satt hier am boden liegt ja klingt komisch ist aber so der boller der wurde mit einer gradations kurve mal etwas dunkler gemacht dann mit einer farbton sättigung ein bisschen entsättigt weil er war so richtig orange und dann habe ich noch mal eine farbton sättigung hier rauf gehauen wo ich einfach nur hier die helligkeit und die sättigung noch ein bisschen runtergezogen habe und ihr seht auch in meiner maske hier dass immer links oben wo auch das licht hier auftrifft die maske wieder so ein bisschen gesäubert wurde ein bisschen schwarz gemacht wurde dass eben der boller von diesem effekt hier zu diesem lichteffekt kommt darunter was habe ich hier noch eingebaut ich weiß gar nicht das ist eine leere ebene die kann ich sogar löschen dann haben wir hier noch ein wenig rauch und nebel ich habe hier einfach ein rauch pinsel genommen erkennt man fast gar nicht muss man schauen wo ich den habe ist aktiviert gerade dann haben wir hier bei unserem nebel paket und den müsst ihr aber auch in diesem download paket von den grundlagen hier auch mit dabei haben den dürfte ich dazu gelegt haben dieser pinsel wurde auf 40 prozent deckkraft gestellt und damit wir eben hinten hier so ein bisschen ja ein cosplay mäßigen rauch haben habe ich den bisschen bläulich lila eingefärbt sah toll aus fand ich cool was haben wir hier noch selektive farbkorrektur kennt man fast gar nicht okay auch da schlagt mich nicht ab und so kommt eine ebene während dem bild bearbeiten hinzu wo ich nicht so ganz genau weiß warum ich sie am schluss eigentlich gemacht habe es war wahrscheinlich cool aus damals und ja jetzt tut es das nicht mehr ja man sieht der asphalt ist ein bisschen gelblich und ich habe hier einfach ein bisschen eine bläuliche stimmung darüber gemacht ist so minimal dass es fast nicht auffällt könnt ihr eigentlich hier ein bisschen weg legen was haben wir hier noch genau farbstimmung eine tonwelt eine farbbalance in den mitteltönen ein bisschen ins rot gelbliche gezogen auch in den lichtern müsste hier was verändert worden sein und natürlich dann auch in den tiefen alles eher so ein ein bisschen ins gelblich rötliche damit wir von hinten so eine art schein von einer laterne oder von einem auto haben macht das ganze so ein bisschen von den farben her zweidimensional also man sagt immer man versucht zwei komplementäre farben hier in ein bild reinzubringen auch wenn kim hier eher rot trägt und ein grüner schein hier besser wäre grün sah bescheiden aus und deswegen habe ich mich entschlossen nehme ich doch ein bisschen was gelbliches das eben zum blauen hintergrund passt damit hat man alles jetzt mal hinten gemacht jetzt kommt vorne ich habe auf dieser freigestellten ebene von kim eine leichte beauty retusche angewandt aber bei kim ist beauty retusche eher augenauswischerei die hat so eine schöne haut da muss man fast gar nichts machen ich habe dann noch eine leichte foundation darüber gelegt das ist eine aktion die ich mal irgendwann geschrieben habe da könnt ihr einfach ja wie soll ich sagen ja das ist das ist jetzt ein bisschen komplizierter das ist eine aktion die schaut so aus und ihr seht da weiß ich selbst nicht mehr ganz genau was ich gemacht habe es ist eine haut foundation aktion die das ganze ein bisschen weicher macht ein bisschen zeitiger macht und die glanzlichter so ein bisschen schöner bearbeitet aber vielleicht habt ihr andere techniken die ihr beauty retusche mäßig hier gerne nutzen wollt nutzt die an und für sich reicht es hier mit dem ausbesserungswerkzeug oder mit dem stempelwerkzeug kleine hautunreinheiten rauszunehmen und damit ist die haut von kim eigentlich schon perfekt sonst gab es am körper beziehungsweise auch an der waffe nichts zu retuschieren sah alles gut aus ich bin hier nur noch mal in der maske des freistellens ein bisschen durchgegangen weil ab und zu mal gerade beim tattoo hier tat sich eben hier das freistellungswerkzeug ein bisschen schwieriger und da musste ich mit einem pinseln hier noch ein bisschen nachfahren auch die haare wurden teilweise noch ein bisschen überarbeitet das war aber echt eine kleine arbeit also das ganze composing selbst hat ungefähr 25 minuten gedauert bis es dann fertig war was kam dazu ich habe eine normale ebene noch mal mit rauch versehen damit ich vor kim hier eben auch noch ein bisschen was an rauch und nebel habe das ist eher so ein dunst 20 30 prozent deckkraft und ich habe hier teilweise eben farben aus dem hintergrund genommen aus dem orange hier aus dem blau hier vom kanaldeckel und so konnte ich so eine leichtseitige stimmung noch mal darüber legen das separiert das model noch mal ein bisschen vom hintergrund das ist schön also man hat irgendwie zwischen kamera und dem model noch so eine leichte dunst ebene drinnen das wirkt so ein bisschen realer kommen wir zu dem look der look war eine gradations kurve die wie eine vignette angewendet wurde die gradations kurve selbst stehe dir die wurde einfach hier in der mitte ein bisschen runtergezogen und die maske so ausgearbeitet dass in der mitte kim genauso hell blieb wie sie eben war nur die ränder wurden ein bisschen dunkler gemacht um den blick des betrachters eben auf die mitte hier zu zwingen ein color look up wobei bei color look ups ich sehe gerade der ist eigentlich auf sieben prozent deckkraft da probiere ich immer rum also bevor ich irgendwelche looks mache haue ich mir einfach mal ein color look up rein und schau mal vielleicht wird es ja in diesem look up cool aussehen oder in dem und ich habe hier diesen film stock look up eigentlich ganz cool gefunden weil es zu einem komposing an und für sich gar nicht so schlecht passt habe dann aber doch die deckkraft so extrem runtergeschraubt dass das ganze eben ja fast nicht mehr erkennbar ist die highlights kommen ein bisschen raus dieser color look up von diesen film stocks hat so ein bisschen den effekt dass man sich die dodge and burn geschichte danach spart weil man eben dunkle bereiche etwas dunkler bekommt und hell ein bisschen heller und das ganze mischt sich so schön über das gesamte bild und das ist in dem fall auch wichtig dass ihr eben nicht nur kim mit einer schnittmaske hier verseht sondern dass ihr den look dann über alles darüber legt dass jede farbe die er verändert sich genauso bei kim ebenso aber auch beim hintergrund oder bei den einzelnen elementen im bild hier mit verändert danach wurde alles mit command alt shift und e zusammengefügt und zu einem camera look filter umgebaut das heißt mein bild wurde mit hilfe eines rechtsklicks in einem smart objekt versehen und dann habe ich einen camera raw filter angewandt und dieser camera raw filter hat jetzt mehrere geschichten eingebaut als erstes erkennt man es ist ziemlich viel rauschen hier im bild das mache ich sehr gerne ihr seht die kernung hier auf 26 aufgesetzt vorher sah es so aus dank dieser kernung aber erspare ich mir dann auch noch etwaige retuschen in der haut oder vielleicht auch in ganz ganz glatt aus fotografierten stellen und so fügt sich auch der hintergrund mit dem vordergrund schön zusammen dann habe ich in der kamera kalibrierung mich ein bisschen mit den farben gespielt die tiefen blieben so die rot töne ging ein bisschen nach oben grün ebenfalls blau nach unten hat den vorteil für mich gehabt dass ich einfach hier nochmal schauen konnte dass die farben schön zusammen gemischt werden und mit diesem kalibrierungssystem hier mache ich sehr sehr gerne diese farb looks ebenfalls aber auch mit der teiltonung in der teiltonung habe ich hier die lichter ein bisschen eingefärbt dass sie eher diesen gelblich-orangen look bekommen und die tiefen wurden eben so ein bisschen in das zyran blau ultramarienblau look hier eingefärbt vorher sah es so aus jetzt sieht so aus macht eben waffen metallischer der boden wirkt ein bisschen kälter und ich habe hier eben auch diese duale farbstimmung eingebaut sonst wurde in der farben hier nichts verändert schärfe genauso die blieb so ich habe noch ein bisschen was in der gradationskurve hier probiert und zwar habe ich versucht hier nochmals die lichter ein bisschen rauszuholen damit eben gerade das gesicht von kim und auch die haare hier ein bisschen heller werden das hat den vorteil der boden im hintergrund der wird überhaupt nicht angefasst von dieser lichtstimmung und ich konnte hier wirklich nur noch im gesicht und auch auf der linken hand man sieht sehr gut oder auch den schein der waffe da kann man hier wirklich cool noch separat seine lichtstimmung hier anpassen in den grundeinstellungen hier seht ihr es wurde eigentlich nichts außer die struktur und ein bisschen klarheit hier hinzugefügt der rest blieb wie er ist der rest wurde nämlich hier noch in der kamera korrektur also in korrektur pinsel gemacht ich habe mir einen korrektur pinsel erstellt wenn ich hier drüber fahre sehe ich auch wo der gemalt hatte und dieser korrektur pinsel hat die lichter ein bisschen nach oben gezogen damit ich eben jetzt hier in diesem bereich noch ein bisschen mehr helligkeit rein bekommen einfach die belichtung bisschen rauf korrektur pinsel einstellen und dann kann man hier wunderbar teile des bildes wieder leicht aufhellen und somit einen komplett anderen lichtschein oder eine lichtsituation erzeugen das funktioniert hier im camera raw filter extrem gut in kombination mit hier diesem filter dem radial filter und der radial filter der sollte eigentlich hier sein ich habe ihn nur nicht mehr gefunden keine ahnung wo der ist radia da ist er da ist er wenn man drüber fahrt sieht man alles was grün ist wurde von dem radial filter hier ja mit eingenommen das rest wurde ausgespart und ich habe im radial filter nichts anderes gemacht als hier die belichtung nach unten kontraste nach oben die weiß werde nach unten dass all diese bereiche hier außenrum noch ein bisschen dunkler werden dann kann man den radial filter hier auch drehen und somit auch den bildaufbau schön diagonal gestalten und somit haben wir ein x drinnen das heißt mein radial filter geht hier von links unten nach rechts oben und die waffe geht eigentlich von links oben nach rechts unten das macht das ganze interessant von der bildsprache her das ganze wurde bestätigt ich spreche es jetzt ab weil ich habe ja nichts gemacht habe ich dann dazu entschlossen dennoch alles nochmal zusammenzurechnen ich habe noch mal command alt shift und e gemacht also das ist jetzt die ebene 10 die ich jetzt mit euch bearbeite ging dann nochmal hier in den filter rein in den camera raw filter und habe ein bisschen nebel eingebaut den kann man indem man den dunst entfernen filter her nutzt sehr gut nehmen ich ziehe den dunst nach entfernen filter hier ganz nach links oder fast ganz nach links sage ok bekomme somit ein ziemlich schales bild drücke jetzt die alt taste klicke hier auf meine maske und habe jetzt die möglichkeit mit hilfe eines pinsels der eben zum beispiel nebel ist hier leichten dunst wieder über das bild zu legen und das ist eine technik die habe ich vom eos andi und die ist an und für sich die interessanteste technik die ich kenne um richtig realistischen nebel oder dunst hier in ein bild einzubauen wenn ich nur weiß darüber male werden auch die farben darunter viel heller und viel intensiver mit dieser technik aber wirkt das ganze so als wäre hier wirklich etwas dunst im bild und man verliert sättigkeit man verliert kontraste es ist einfach eine schöne technik die am ende eines bildes dann wirklich noch mal so ein bisschen alles zusammen schmiegen ihr seht das ist nicht viel dann kam noch logo rein und ganz am schluss habe ich mir gedacht als ich eine tasse kaffee getrunken habe und gemeint habe okay jetzt schicke ich es Kim weil die hat heute geburtstag mache ich noch ein bisschen farblook darüber und der farblook ist so der klassische look den ich momentan sehr liebe ich habe die weiß töne ein bisschen ins türen gezogen und auch ins gelb habe die schwarztöne hingegen bis ins blau gezogen und die mitteltöne wurden hier nur minimal angepasst und somit konnte ich dann so einen effekt erzielen dass das ganze so ein bisschen gezeichnet ein bisschen comic mäßig aussieht und damit hätte ich mein composing an und für sich fertig es ist kein gigantisch aufwändiges composing aber es ist durchaus etwas dass sie unter umständen jetzt mit hilfe von diesem video und den bildern die eben in diesem paket mitbekommen habt ja nachbauen könnt in diesem sinne falls ein cooles bild für kim habt postet es vielleicht heute noch die hat wie gesagt heute geburtstag freut sich bestimmt über bildmaterialien die sie gerne her zeigt ich sage herzlichen dank dafür dass in der gruppe seid falls ihr euch für dieses training interessiert schaut auf meine seite und ich wünsche ich verlinke ich natürlich jetzt unterhalb hier irgendwo noch im video und ich würde euch sagen halte die ohren steif tragt masken und macht photoshop ohne ende jetzt habt ihr zeit dafür schweig ober and out